So Leute, ich hatte eben schon ein Video hochgeladen von wegen Gleite 20 Meter weit. Ich habe da wieder kein Huhn gefunden. Ich bin jetzt einfach dahin, wo ich früher... Oh, Huhn macht keinen Blödsinn. Dahin, wo ich früher schon immer meine Tiere gefunden habe, nämlich links von Misty. Und ihr seht, hier finde ich auch ganz easy wieder meinen Huhn und kriege die Aufgabe auch ganz einfach hin. Aber, wie gesagt, ihr werdet an der Eisernen Farm, gibt es anscheinend zur Zeit keine Hühner. So seltsam sich das auch anhört. Wie gesagt, guckt euch hier in diesem Bereich links von Misty um. Ihr seht, ich habe es gerade einmal ausprobiert, habe direkt schon wieder einen Huhn gefunden. Ist zwar auch natürlich immer so eine Glückssache, ob man eins findet. Aber wie ihr seht, ich habe eins. Und in dem Sinne hoffe ich, dass ihr auch eins findet. Lasst gerne einen Like da. Vergesst nicht, schreibt mal in die Kommentare rein. Habt ihr noch einen Huhn irgendwo anders gefunden? Wenn ja, einfach wie gesagt in die Kommentare. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.